Ein kurzes Video auf die Schnelle zum Thema Temperatursimulation in Multisim, weil das offenbar noch nicht bekannt war. Ihr findet im Lernfeld 7 Ordner in der Google Freigabe, findet ihr unter Datenblätter und Bauteile, da gehe ich jetzt mal rein, findet ihr diverse Geschichten, einmal die Datenblätter zu den Transistoren, ihr findet hier ein Bauteile MS11, darum kümmern wir uns gleich. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Bauteile genau heißen, die wir haben, die findet ihr hier im genauen Bezeichner für NTCs. Also hier stehen die genauen Bezeichner für die NTCs drin, wenn ihr die habt, dann könnt ihr mal so ein Datenblatt aufmachen, diese Datenblätter sind jetzt für ganze Serien von NTCs, hier für diese TTF-Serie. Und jetzt müsst ihr euch so ein bisschen hier mal durchnavigieren und entsprechend dasjenige Ding finden, was zu eurem Sensor passt. Ist ein bisschen Arbeit, aber sollte dann eigentlich gehen. So, jetzt habt ihr die zwar irgendwie als Datenblatt in analog vor euch liegen, aber ihr habt dafür kein Multisim-Modell. Dafür gibt es hier die Bauteile MS11. MS11 ist ein Multisim-File, also Multisim-11-File. Das nehmt ihr mal und ladet das im ersten Schritt erstmal runter. Wenn ihr das runtergeladen habt, könnt ihr das mal in Multisim aufmachen. Ich mach das hier gerade auch alles mal. Und da seht ihr, da sind zwei NTCs drin. Der eine ist dieser TTS und der andere ist der TTF. Ich nehme jetzt mal einen von beiden, den schnappe ich mir jetzt mal mit STRG-C und füge den mal in eine andere Schaltung ein und fange mal bei 0 an. So, jetzt habe ich hier einen NTC-Sensor. Den kann ich jetzt noch drehen, wie ich lustig bin. Und jetzt will ich mir den mal näher angucken. Wir könnten mit was Einfachem vielleicht mal anfangen. Und zwar schließe ich den jetzt einfach mal an eine Spannungsquelle an, an irgendeine Source. Und zwar eine DC-Source und was weiß ich, gebe dem jetzt einfach mal sicherheitshalber noch ein Ground mit. Ach ne, das gab es nicht bei den Sources. Wo gab es das? Ist das GND oder Ground? Ich vergesse es jedes Mal. Offensichtlich heißt es Ground. Ja, es heißt Ground. Eine Erde, respektive Masse oder wie auch immer man das nennen möchte. So, und das verbinde ich jetzt hier alles mal durch kurz. Diese Gewündchen. Und das erste, was wir uns jetzt mal angucken, ist Strom durch den Widerstand. Das ist das simpelste, was wir tun können. Und zwar wollen wir jetzt Multisim beibringen. Mach doch mal folgendes. Lauf doch mal verschiedene Temperaturen durch und zeig mir mal den Strom an, der durch den NTC fließt. Dafür müssen wir wie folgt starten. Wir haben hier rechts ja diese ominösen Messinstrumente. Die lassen wir jetzt alle mal links liegen. Und nehmen hier unten mal den Messtastkopf. Diesen hier. Den gelben. Den Tastkopf nehmen wir und legen den mal hier drauf. Also standardmäßig zeigt er hier einem unheimlich viele Werte an. Was weiß ich. Peak-to-Peak, RMS, DC-Werte und sonst was. Da ist erstmal alles bei. Es gibt den noch in etwas reduzierter Form. Hier kann man auf den kleinen Fall drunter klicken. Und dann gibt es welche, die zeigen nur Wechselspannung oder nur Wechselstrom an. Ist jetzt für den Fall nicht so wichtig. Wir nehmen einfach den normalen Messkopf und lassen uns jetzt hier Dinge anzeigen. Und jetzt kommt das, was ihr sonst macht. Das ist die Transienten-Simulation. Das ist die hier. Wenn man einfach auf Play drückt, dann macht ihr jetzt wirklich Zeitschritt-Rechnung. Also der tut jetzt so, als hätte ich jetzt gerade die 12 Volt angeschlossen und guckt, was so in der ersten Zeit passiert. Das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen stattdessen eine sogenannte Temperaturanalyse haben. Die finden wir unter Simulieren, Analysen und Temperaturwobbeln. Wobbeln heißt im Englischen Sweep. Ich kenne den Begriff eigentlich auch nur im Englischen. Und ein Sweep ist, wie soll man das erklären, ein Durchlaufen verschiedener Temperaturen. Das heißt, er dreht jetzt quasi an der Temperatur als Parameter und berechnet für jede Temperatur irgendwelche Werte. Das machen wir jetzt mal. Und dann landen wir in so einem Menü. Und hier können wir ihm jetzt diverse Dinge beibringen. Also wir können ihm erstmal sagen, was soll eigentlich durchlaufen. Gut, jetzt haben wir ja schon Temperatur genommen. Deswegen steht hier auch die Betriebstemperatur. Dann können wir ihm sagen, bei welcher Temperatur er anfangen soll. Also ich sage jetzt mal 0 Grad. Und jetzt können wir ihm auch sagen, wo er stoppen soll. Nämlich bei 50 Grad. Und jetzt können wir ihm sagen, wie viele Zwischenwerte er ausrechnen soll. Zwei sind natürlich sehr wenig. Wir könnten vielleicht mal 20 nehmen. Und jetzt rechnet er quasi alle 2,6 Grad, rechnet der gleichen Wert aus. Wichtig sind jetzt noch zwei Sachen. Sonst könnten wir schon auf Simulieren klicken. Aber vorher müssen wir ihm sagen, was er denn jetzt für jede Temperatur bitte überhaupt analysieren soll. Da wollen wir nicht die Transientenanalyse haben. Das wäre wieder so eine Zeitbereichsrechnung wie eben. Also was passiert bei 50 Grad, wenn ich jetzt gerade die Spannungsquelle anmache. Das interessiert uns herzlich wenig. Wir wollen einfach mal die Gleichspannung oder den Gleichspannungsarbeitspunkt, heißt es hier, messen. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier sowieso nur DC an. Also Gleichspannung. Und dann reicht das hier auch. Das ist ein bisschen übersichtlicher gleich. So, jetzt haben wir ihm beigebracht, was er tun soll. Er soll die Temperatur durchlaufen. Und er soll bitte eine Gleichspannungsanalyse machen für jede Temperatur. Und jetzt müssen wir ihm noch beibringen, was wir uns gerne anzeigen lassen möchten. Und das findet man hier unter Ausgabe. Und das erklärt vielleicht auch, warum ich mir den Tastkopf anzeigen lassen wollte. Nämlich hier finde ich den Tastkopf. Wenn ich den Tastkopf setze, kann ich mir da immer standardmäßig die Spannung oder den Strom angucken. Oder auch beides, wenn ich möchte. Ich nehme jetzt mal den Strom, weil Spannung ist hier relativ uninteressant. Weil an dem Punkt gegen Masse gemessen werden halt immer 12 Volt liegen. Das ist witzlos. Also nehme ich mal den Strom. So, schmeiße ich rein. Sage simulieren. Und zack, simuliert er mir den Strom. Vielmehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Was wir jetzt sehen ist, bei 0 Grad Celsius hat er hier irgendwie einen Strom von, was weiß ich. Das ist jetzt ein Milliampere, so 200 Mikroampere, 300 Mikroampere vielleicht. Und der Strom wird immer größer, je größer ich mit der Temperatur werde. Ergibt auch Sinn, weil der NTC ja immer kleiner wird. Ja. So viel dazu. Viel mehr muss man hier nicht machen. Falls ihr mal Dinge ablesen möchtet, gibt es hier Cursor oder auch Marker. Hier oben einfach mal auf Cursor klicken. Und dann geht hier so ein kleines Fenster auf. Wenn man das jetzt großzieht, wird es auch hübscher. Und hier kann man links jetzt solche Cursor finden. Das ist so ein bisschen wie an einem Oszilloskop. Da kann man die auch einstellen. Und wenn man jetzt irgendwie genau wissen will, was kommt denn bei 30 Grad raus. Setze ich ihn mal hier auf 30 Grad, so im Wesentlichen. Und kann jetzt hier entweder ablesen. Oder ich kann hier sagen, bei X1, das ist die X-Achse, bin ich jetzt bei 29,X Grad. Also knapp 30. Und auf der Y-Achse hat das Ding jetzt einen Wert von, jetzt darf man sich nicht vertun. Es gibt hier nämlich zwei Marker. Es gibt hier einen blauen und einen gelben. Der gelbe ist die 2, der blaue ist die 1. Und da sehen wir, dass wir ungefähr 1,5 Milliampere haben. Ja, das kann man jetzt auch so, Pi mal Daumen auch so ablesen. Aber hier können wir es mit dem Marker präzise ablesen. Ja, so macht man eine einfache Temperatursimulation. Und ja, viel spektakuläreres gibt es dazu auch eigentlich gar nicht. Außer, dass ich jetzt nochmal zeigen will, dass man in Multisim auch was total Special-mäßiges machen kann. Man kann sich nämlich nicht nur den Tastkopf anzeigen lassen, sondern man kann auch Formeln bauen. Und dazu möchte ich jetzt mal Folgendes machen. Ich möchte jetzt mal den Widerstand, den Widerstandswert über Temperatur mir anzeigen lassen. Also eine Widerstandskennlinie. Dazu mache ich Folgendes. Ich gehe nochmal in Simulieren rein. Ich mache das selbe wie eben. Also wobbele die Temperatur durch. Wieder von 0 bis 50 Grad. Aber jetzt lasse ich mir nicht den Strom hier anzeigen. Sondern, ja, ich möchte mir jetzt den Widerstand anzeigen lassen. Das geht gar nicht direkt. Also es gibt hier nicht irgendwie R von NTC oder so. Das werden wir nicht finden. Aber was ist denn der Widerstand? Der Widerstand ist doch nichts anderes als die Spannung an dem Ding. Geteilt durch den Strom durch das Ding. Und das kann ich jetzt hier hinschreiben. Und zwar wie folgt. Ausdruck hinzufügen. Und hier gibt es jetzt wirklich Rechenmöglichkeiten. Also es gibt hier Funktionen, die man wirklich anwenden kann. Sieht dann fast so aus wie Excel. Also so ein bisschen. Und jetzt kann ich hier wirklich sowas schreiben wie nehme V von Tastkopf 1. Nicht Tastkopf, wäre auch witzig. Aber nein, Tastkopf 1. Und teile mal durch den Strom von Tastkopf 1. Klicke auf OK. Das macht er jetzt. Das teilt er jetzt einfach durcheinander. Und wenn ich das jetzt mal simuliere, dann haben wir hier wunderschön unsere NTC-Kennlinie. Und das erste, was wir jetzt theoretisch mal machen könnten, wäre, passt eigentlich die Kennlinie, die uns Multisim von dem NTC zeigt, zu der, die wir in Excel simuliert haben. Weil wenn die schon nichts miteinander zu tun haben, ist schon irgendwas seltsam. In unserem Fall können wir mal kurz was überprüfen. Und zwar können wir mal eben hingehen und einen Marker setzen auf die 25 Grad. Denn das Datenblatt sagt, bei 25 Grad hat dieser NTC 10 Kilo Ohm. Und wenn wir hier mal gucken, dann hat dieser NTC bei 25 Grad 10 Kilo Ohm. Wir sind hier jetzt im Marker 2. Das ist der gelbe. Also 10 Kilo Ohm Y und 25 Grad. So, jetzt habe ich es wieder X. Heißt, bei 25 Grad hat er 10 Kilo Ohm. Und jetzt können wir uns auch andere Werte eben angucken. Was hat der jetzt bei 10 Grad? Was hat der bei 40 Grad? Und so weiter. Ja, so funktioniert Temperatursimulation in Multisim. Wie gesagt, es gibt hier, das habe ich im anderen Video schon mal gesagt, die Möglichkeit, das Ganze nach Excel zu exportieren. Das wird ein bisschen spannend, was da so bei rauskommt. Hier öffnet sich jetzt ein Excel. Und ja, natürlich möchte ich das jetzt aktivieren. Naja. Und was macht er? Er exportiert uns direkt die Werte. Das ist insofern ganz cool, als dass ihr die Werte jetzt nehmen könnt. Könnt ihr in eure eigene Tabelle mal reinschmeißen und könnt euch jetzt Abweichungen angucken. Das funktioniert natürlich nachher auch mit allen möglichen Größen und nicht nur jetzt mit diesem Widerstandswert. Und dann könnt ihr euch wirklich angucken in eurer Excel-Tabelle, was sagt Excel nach idealtheoretischer Rechnung auf dem Papier, quasi mit Formeln. Und was sagt die Simulation dazu? Und dann wird man hoffentlich feststellen, dass die Werte doch sehr ähnlich sind. Und wenn das mal überhaupt nicht ähnlich sein sollte, dann kann man sich auch relativ sicher sein, dass irgendwo ein Fehler ist. Und dann kann man ja mal fragen. So, zusätzlich kann man hier noch was machen, was für die Doku nicht ganz unwichtig ist. Und zwar, schwarzer Hintergrund ist natürlich ein bisschen hässlich, um es in ein Dokument einzufügen. Man stelle sich vor, man druckt mal sowas. Das sieht grauenhaft aus und kostet Tone ohne Ende. Ihr könnt hier unter Graph schwarz-weiß anklicken. Das heißt, er macht eine Farbenumkehr. Alles, was schwarz ist, wird weiß. Und alles, was weiß ist, wird schwarz. Und so kann man es deutlich besser in ein Dokument reinpacken. Man stellt dann irgendwie fest, dass vielleicht die Linien ein bisschen dünn werden. Wenn man einen Doppelklick hier auf den Graphen macht, dann kann man auch sagen, wie dick der sein soll. Also hier könnt ihr wirklich so ästhetisch noch ein bisschen rumspielen, dass das hinterher so schön aussieht, dass man es auch vernünftig in das eigene Dokument reinpacken kann. Ich glaube, das war es jetzt aber wirklich. Damit müsstet ihr im Grunde genommen erstmal klarkommen.